So Leute, na was geht ab? Ich bin der älteste Pro-Player der Welt in Riot Games League of Legends, ihr Spritzer. Und das tue ich für alle da draußen, die 30 Jahre alt sind und sagen, passt mir nicht mehr in mein Leben, ich kann nicht mehr Pro gehen, ich hab euch. Ich mach das für euch. Und ich zeige, dass wir uns in Firstif als Ü30-Jähriger immer noch behaupten können. Immer noch behaupten können. So. Also vielleicht. Ich glaube, ich werd einfach hart gefickt. Ein ganzes Jahr lang werd ich gefickt und dann werd ich mir, dann werd ich so wirklich zu Hertha gehen, so werd ich zu Eintracht zurückkriechen. So werd ich zu Eintracht zurückkriechen. So. So werd ich zu Eintracht zurückkriechen, weil ich nämlich ein ganzes Jahr böse gefickt werde. Aber es ist mir egal. Versteht ihr das? Es ist egal. Wir haben gewonnen. We did Relegation. Und jetzt kann Riot Games kommen und sagen, nein, das geht nicht. Nein. Und dann sag ich auch, ich fick euch. Ich fick euch. Ich bin nicht im League-Partner-Programm. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann machen, du tun und ich lass, was ich will. Versteht ihr? Ja, das war doch ne geile Series, oder nicht? Also da muss ich sagen, emotional war da alles dabei. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe morgens auf. Und ich stehe so auf um 14 Uhr, weil es ist ja gute Zeit. Ich bin jetzt noch fit, ne? Also ich kann ja 5 Games, ich kann auch 10 Games zocken, meine Witz. Ich bin fit. Ich bin fit. Stehe auf um 14 Uhr. Und dann kommt dieser Tweet zustande, wo ich mir denke, wofür machst du denn Scheiß eigentlich? Weil ich dachte, dass ich einfach nicht die Energie habe oder auch nicht die Power habe, heute nochmal gegenzuhalten. Und dann kommt Game 1 um die Ecke und ich muss sagen, not that good. Dann kommt Game 2 um die Ecke und ich muss sagen, not that good. Und dann wird es immer besser. Leute, ich brauche einfach nur Practice. Versteht ihr das? Ich brauche nur Practice. Auch in der Wave Series, umso länger die Games gingen, umso besser war es. Das ist einfach, ich muss mich akklimatisieren. Das geht auch an Phanatic raus übrigens. An Phanatic, wenn ihr das hören könnt oder lesen könnt oder hier gucken könnt. Wenn ihr jetzt noch ein ADC braucht, ich muss mich da ein bisschen akklimatisieren. So ein Stück. Und dann könnte ich aber mir vorstellen, dass ich euch den Titel hole. Setz mich doch mal zu einem, wie heißen die, Captain Jack. Gibt es den noch? Keine Ahnung. Kumbayushi. Ist der dabei? Ich habe keine Ahnung. Setz mich dem ruhig mal gegenüber. Wir haben den Vorteil, ich kann mich akklimatisieren, skill-wise. Und der hat Angst vor mir. Ich bin ziemlich groß. So. Vielleicht bedrohe ich dir auch noch körperlich. Das wäre ja gut. Dann ist der Wing quasi in der Tasche. Dann kannst du ein ADC nicht machen lassen. Glaube ich, weiß nicht, wie groß ein ADC ist. Naja. Ich müsste natürlich, das einzige Problem ist, dass ich die Hose ausziehen muss. Also ich müsste quasi on stage die Hose ausziehen. Das wäre wichtig. Ja, vielleicht lassen wir mit den Worlds lieber. Vielleicht ist Worlds dann nur so mittel. Also, naja. Also mit der Hose ist vielleicht ein Problem. Aber ich habe hier wirklich ohne Hose gesessen und habe schön gezockt, Freunde. Das war sehr, sehr geil. Das war absolut mega optimal für mich. Die Nummer. War sehr schön. Und ich möchte an der Stelle, wir brauchen uns auch nochmal eine Rede halten. Nächste Thema aufgreifen. Also ich möchte das aber in richtige Worte packen. RTBSC ist ein krasses Team, okay. Die sind echt sehr, sehr gut. Habt ihr ja gesehen. Game 1, 2. Die haben in jedem Game irgendwas gemacht. Wir sind oft besser als wir einfach. Straight. Die sind einfach. Ich glaube auch nicht, dass die. Also die gewinnen jetzt die Best of Fives nicht. Aber die sind das bessere Team. Wisst ihr? Das ist weird. Aber ich glaube, sie sind besser als wir. Ich glaube, sie sind besser als wir. Aber ist mir auch eigentlich egal. Worauf ich hinaus will ist... Worauf ich hinaus will? Ach so. Ja. Die Gegner sind, glaube ich, besser als wir. Die sind aber... Die haben alle tausend LP Challenger. Und Opa... Opa bin in dem Fall ich? Nicht. Ich spiele mit den Ogern und den Orks von der Kluft. Die rennen da rum im Elfenkönigreich. Alle unsterblich. Und ich muss mit der Ogern und den Orks spielen. Aber... Wenn du auch durch Mordor läufst, dann bist du gestählt. Verstehst du das? Ich kann das spielen. Ich kriege das hin. Ich gehe durch Mordor durch. Und dann gehe ich den Elfen... Gehe ich rein. Und dann scheiße ich den auf den Teppich. Die können nur ihre tausend LP Challenger Games spielen. Aber gegen einen alten Mann, der mit dem Dreck sich wühlt, können die gar nichts gegen machen. Die haben Angst, dass ihre Rüstung schmutzig wird. Und deswegen braucht unser Team auch jemanden, der nicht da oben mitspielt. Und sagt, ich habe tausend LP. Like Freddy. Freddy ist rankt vor EU West. Und mit dem können sie sich dann mit ihren Rüstungen treffen, im Sonnenschein. Aber hier. Der Mann aus dem Matsch. Der hat sich schön auf das Niveau runtergezogen. Und dann haben wir sie im Matsch erwürgt. So. Wir haben einen Schlammschlag gehabt. Und ich habe sie im Matsch erwürgt. Step by Step. Glaubt ihr denn? Ja, glaubt ihr denn, Koldra, der 1200 LP hat und 20 mal so ein guter ADC ist, hat einen Ausweg gefunden? Hat er nicht. Weil ich ihn in den Matsch gezogen habe. Und dann waren wir bei dir gleich langsam. Und ich bin fett. Er hatte keine Chance. Von Anfang an nicht. Von Anfang an nicht. So. Also gut, von Anfang an war er schon, also er hat schon die ersten Games schon besser gespielt als ich, ne? Also man könnte auch sagen, er hat die ersten Games hard carried, ne? Aber danach, da war Matsch. So. Da war ich ein Matschkrieger. Da war ich im Sumpf. Mit ihm. War gut. War gut. Wisst ihr, Game 4, ich erzähle euch was, also Game 4 erzähle ich euch was. Game 4. Erinnert ihr euch? Game 4? Sehr gut gemacht von Hertha. Übel, was ist das Game 3? Game 3 war es, glaube ich. Game 3. Die haben Champ Select, wir blinden Nautilus und wir sagen in Champ Select so, boah, wenn die jetzt Leona Vigo gehen, ist es genau wie gegen Wave. Ich glaube, wir verlieren. Hertha instalockt Leona und Vigo und ich habe ja so den Köttel in der Hose gehabt, ne? Und dann gehen das Game auch noch genauso los. Die machen einfach das, weil Hertha gegen uns gemacht hat. Die holen Pryo Board, gehen into Drake und Karni fastcheckt und ist instant tot. Und dann haben die einfach 3, 4 Mal gemacht und ich stehe so da und denke mir so, ja Jungs, komm, dann lass uns schnell machen, kriege ich noch mehr zu saufen gleich. Und jetzt kann ich trotzdem saufen gehen. Versteht ihr? Nach 5 Games. Fein. Weil wir zurückgekommen sind. Weil Tolkien nämlich eine geile Sau ist. Tolkien ist eine geile Sau. Ich würde sagen, heute haben sehr viele Leute sehr gut gespielt, ja, aber Tolkien hat heute Top Lane gediffelt, in the jiffelt, also top. und dann muss ich sagen, Game 5 war einfach arschgeil von Agurin. Also der pickt seinen Nocturne. Ich fang anders an. Champ Select läuft folgendermaßen. Wir können auf Support counterpicken, Freunde. Wir können auf Support counterpicken. Agurin sagt, nee, ich counterpick lieber Jungle. Ich habe ihm vorher 30 Sekunden lang erklärt, warum dein Pick Support nicht so geil ist. Und er sagt einfach, ach, ja, wir picken jetzt trotzdem Support Blind. Und dann denke ich mir, Agurin, du bist ein Wichser, aber ich spreche es nicht aus. Ich spreche es nicht aus. Versteht ihr? Ich spreche es nicht aus. Und dann macht er aber auch zweimal beide Games, nicht 1v9, aber er hat zumindest sehr viel, also das war ein sehr geiles Shotcalling und ich war sehr, sehr angeturnt von Agurin an der Stelle. Agurin hat Glück, dass er nicht hier ist, weil sonst hätten wir jetzt uneinvernehmlichen Sex. Wirklich. Der pickt einfach Nocturne und dann Shotcallt der so geil, dass ich einfach Bock auf den Jungen habe. Ich habe einfach Bock auf den, versteht ihr? Das ist einfach gut. Also unabhängig davon, dass Tolkien offensichtlich, Serge Smurfdorf top, war auch diese, wie der Nocturne genutzt hat und das Shotcalling mit den Waves, habt ihr eigentlich gesehen, dass wir die Waves synchronisiert haben, ohne Nash, einfach so, Mitte Bot. Junge, LEC, wo bist du? Wo bist du LEC? Wenn wir, wenn Millionäre heute zuschauen, wir brauchen circa 40 Millionen. Wir brauchen circa 40 Millionen, weil Investment wird sich wahrscheinlich auch nicht direkt lohnen, weil wir auch da jedes, also es ist glaube ich egal, wo wir hingehen, wir verlieren auch da jedes Game, aber ist ja egal. Ich sage nur, wenn ihr Millionär seid, ich würde uns in der LEC sehen. Wirklich bei Paypal, geil, sehr schön. Würde ich machen. Also die Sache ist auch die, wo ich mich ficken lasse, ich kann jetzt 18 Mal Förste verlieren oder ich verliere 18 Mal oder ich weiß gar nicht, wie viele Games die spielen in der LEC. Ich verliere 18 Mal LEC. Glaubt ihr, das juckt mich? Glaubt ihr, mir ist es egal, glaubt ihr mir jetzt wichtig, welcher Name da steht? Überhaupt nicht. Ist mir komplett egal. Schaut, wer wäre dabei? Ja gut, 40 Millionen. Ich würde wahrscheinlich auf meinem Konto anfangen zu sammeln und wenn es am Ende nicht passt, mein Gott, ist nicht schlimm. Das gibt es in der Games-Industrie ja sowieso dieses Vorgehen. Jetzt muss ich beim Cutter eben noch die Videos schicken und so lange müsst ihr mich neu ertragen, Freunde. So lange müsst ihr mich neu ertragen. Ich werde so lange Scheiße labern, solange ich meinem Cutter Scheiße senden muss, also unsere Games senden muss. Zack, Upload, let's go. Jogi, 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 Jogi. Was war das für eine Series? Game 1, ne? Die picken einfach Vai und Vai ist ja so dumm. Die Ultet und dann hat der Lama-Bär hat mich einmal vom Mittelturit von denen bis in meine Base geultet. Der ist all the way hinterher geflogen. All the way. Komplett unbelievable. Die ganzen Engage-Tools On, Cedroani, Vai, so nervig. Die fliegen dir einfach hinterher bis Meppen-Süd, die haben richtig Bock. Die haben richtig Bock gehabt. So. Und dann picken die Scanner. Ja, Scanner kann das nicht. Scanner braucht Flash. Habt ihr den Flash gesehen übrigens an Drake? Junge, ich bin einfach zwölf. Also, nicht zwölf, aber ich bin 16 Jahre jung. Gerade aus Mama gefallen. Schule abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. E-Sportler schließen die Schule nicht ab. E-Sportler brechen die Schule ab, damit sie zocken können. Ich bin gerade aus Mama raus, Schule abgebrochen, zack, flash ich den scheiß Scanner Flash. Hä? War schon geil. War schon gut. Der Flash auf den, also mit Flash reaktiv zu flashen, war schon gut. War schon geil. Das ist schon sehr nice gewesen. Bei dem Flash hat er mir jetzt lost. Ja, weil der so gut war, oder? To be fair, wurde ich, ich glaube dann, also ich bin in Scanner-Ult geflasht. Danach kam Braum-Ult auf mich zu und Olaf hat Ghost gezündet. Das war krass. Dann ist er mich runtergerannt. Flamer hat, glaube ich, sowieso ein persönliches Problem mit mir, weil da gingen ganz schön viele Ghosts und Flashes in mein Face rein. Ziemlich aggressiv. Trotzdem gut. Trotzdem fun. Hey, nur Twitter, bist jetzt spannend aus Feind? Hä? Warum das denn? Wieso Feind? Das geht nicht. Das will ich nicht. Moment. Klar bin ich Feind, weil ich es nämlich geschafft habe, aus der Hausmeisterrolle raus. Ich bin Eintracht nicht hier los. Versteht ihr? Ich bin Eintracht nicht hier los. Zertone und nicht hier raus. Eintracht, ihr. Aber jetzt kann ich dafür sorgen, dass ihr es auch erkennt und dass wir alle gemeinsam nahe rauskriegen. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt und dafür kann ich ja jetzt höchst persönlich sorgen, dann ist die Position des Präsidenten ganz schön kritisch. Und ich weiß ja jetzt auch, wie Eintracht spielt. Ich weiß ja ganz genau, was die können und was nicht. Sind leider sehr krass. Und wir nicht. Aber ich weiß auch, wie man die kriegt. Ich habe schon mal, ich habe schon mal, ich glaube, Prime mit Corona infiziert. Glaubt denn der Präsident, dass ich das nicht ein zweites Mal hinkriege? Das kriege ich auch ein zweites Mal hin. Der Kevin lässt mich doch rein. Oh, positiver Corona-Test. Zack, erst mal bei der Eintracht vorbeischauen. Na Jungs, was geht? Ich plane schon mal, Kevin. Ich plane. Ich werde einen Doppelagenten-Move machen, jawohl. Aber jetzt fehlt es keinem. Ist streng geheim. So, Link kopieren. Wir sind beim letzten Game, Leute. Das letzte Game lade ich noch hoch und dann sagt er mich los. Dann gehe ich nämlich feste Saufen. Versteht ihr? Ohne jetzt Alkohol feierlichen zu wollen, gehen wir dann feste Saufi-Saufi machen, ich und Tolkien. Wobei Tolkien die Aufgabe hat, mich nach Hause zu tragen und ich einfach nur feste Saufi-Saufi machen werden. Weil Tolkien trinkt nämlich kein Alkohol. Aber ist mir egal. Ich werde einfach, der Abend wird so folgendermaßen laufen. Wir werden sprechen über Serious. Wir werden uns selbst, wir werden uns gegenseitig ein gutes Gefühl machen. Wir werden sagen, wie geil wir sind und wie geil alle anderen sind in unserem Team. Und dann wird irgendwann die erste lange Insel weggeschallert werden und dann wird das Gespräch schon eher einseitiger verlaufen. Also einseitig sinnvoll. Aber noch einigermaßen kann ich reden. Und dann werde ich mir die zweite lange Insel weggeschallert. Und dann wird es folgendermaßen laufen. Tolkien wird versuchen noch mehr zu reden, aber ich werde so langsam den Geist aufgeben und mich dann schön von ihm nach Hause bringen lassen. Und dann werde ich schlafen. Und dann werde ich komplett verkatert. Wie eigentlich wie beim letzten Mal. Ich werde komplett verkatert und immer noch leicht angesoffen. Morgen früh um 10 in die Bahn steigen und schön Richtung spannen und nach Hause. Schön nach Hause. Und dann werde ich chillen. Versteht ihr? Ich werde einfach gar nichts tun. Ich werde einfach Pause machen. Denn meine Zukunft ist gesichert. Ich bin Profispieler. Ich bin ein sogenannter Profispieler. Ich werde bezahlt, um ein Videospiel zu spielen. Weil ich nämlich sehr, sehr gut bin. Versteht ihr? Ich bin sehr, sehr gut in League of Legends. Sehr gut sogar. Und das könnt ihr aber auch alle fragen. Weil fragt man meine Solo-Q-Mates, meine Master-Solo-Q-Mates, wie gut ich bin. Sehr gut. Würde euch jeder einzelne sagen. Da würde mir keiner von Cancer wünschen oder mir sonst irgendwas vorwerfen. Meine Solo-Q-Mates haben mich da komplett. Also die haben meinen Rücken. Da bin ich sicher. Von wem bist du bezahlt? Ja, im schlechtesten Fall von euch. Aber ist ja auch egal. Ich bin ein First-Diff und das ist stark und da freue ich mich drauf. Wenn Riot Games jetzt nicht Naja. Also es gibt ja immer noch Riot Games. Wenn Riot Games jetzt morgen sagt, Leute, das war echt ein geiler Run, aber fickt euch. Dann bin ich nicht First-Diff. Und dann bin ich, glaube ich, auch kein guter Spieler mehr. Und dann war es das. Vielleicht. Dann ist wieder alles vorbei. Aber wir haben Relegationen geholt und das ist auch viel wert. Es gibt immer noch Riot Games, die sagen können, nein. Aber was? Was passiert? Du stellst eine Hose an. Ich habe eine Hose angezogen. Jawohl. Weil ich nämlich für einen Stream keine Hose ausziehen muss. Ich ziehe Hose nur dann aus, wenn ich es muss. ist leistungssteigernd. Weißt du? Wenn ich untenrum atmen kann, dann ist es ganz schwer. Dann ist es ganz schwer. Aber für Wave auch schon schwer. Wave auch schon schwer. gleich mit dem Video durch. Dann gehe ich gleich zu Tolkien runter. Aber ich appreciate den ganzen Support. Also den ganzen Support, den ich jetzt hier in Form von Subs hier auch gerade bekomme. Danke übrigens Feel the Love für dein Sub-Gift an Penta 1860. Ich glaube, die können es tatsächlich am meisten gebrauchen. Viel Spaß mit den Emotes. Danke auch für die Serious, die wir gegen die Jungs hatten. Das ist wirklich sehr geil. Schön. Aber schön. Sehr nice. Ja, anyway, danke für die ganzen Subs, für die ganzen Follows. Ihr seid gerade noch ein bisschen emotionsgeladen. Ich möchte euch kurz darüber aufklären, dass ich hier auf diesem Kanal auch immer nicht gute Laune habe. Ich habe nur dann gute Laune, wenn ich Grund dazu habe. Und das ist relativ selten. Ich möchte dir schon mal vorwarnen, was das angeht. Kuss. Das wird schön. Das wird super. Jetzt kommt noch der Wintercup. Den nehmen wir auch noch mit. Also, ich weiß nicht, ob wir heute kommen, aber nehmen wir mit. Und ich werde ganz viel Nicht-League spielen, da freue ich mich auch extrem darauf tatsächlich. Ich werde ganz viel Nicht-League spielen, wisst ihr? Das ist das Schönste eigentlich. Das Allerbeste daran. An dem ganzen Ding. Ich bin jetzt quasi durch. Ich bin ein freier Gnome. Leider auch befreit von der Eintracht, muss ich sagen. Aber ich bin auch befreit von League of Legends. Ab und zu so ein bisschen Wintercup spielen, dann kriege ich hin. Aguin so sauer. Warum ist Aguin sauer? Warum ist er sauer? Warum ist Aguin denn sauer? Aguin hat doch super gut performt. Da war noch eine Maschinenleistung von ihm. Game 4, 5 war komplett crazy gut. Der Trundle, auf einmal sagt er, lass uns Trundle picken. Und wir alle so, Aguin, du hast eine dicke Keule, aber du musst jetzt nicht dem Gegner ins Gesicht hauen. Aber war der perfekte Pick. Mega gut, mega gut. Mir wurde gefühlt, sie erhalten eine Donation. Ich habe die Donation, ich bin hier nicht eingeloggt, Leute, auf dem Donation-Dingsbums. Aber wenn es die 40 Millionen sind, ist das schon mal sehr, sehr gut. Die 40 Millionen, die würde ich jetzt nehmen auch. Ich schaue eben nach. Ich schaue nach. Ich schaue nach. Bin gleich drin. Ich komme. Bin gleich drin. So. Aber ihr müsst euch, also mir geht es gut, ne? Also nicht, dass ihr jetzt hier falsche, das war ein Spaß, das war ein Späßchen mit den 40 Millionen, ne? Ich beschwere mich nicht, aber das war ein Späßchen. Hat jetzt echt Donate für 5 Euro von Mr. Druff, LEC-Slot kostet 40 Millionen, wieso ist das so teuer? Alle anderen Twitch-Primen ist mehrkostenfrei. Dankeschön. und PV-Environment hat 100 Euro dagelassen. Ich freue mich sehr. Lasst ihr gut gehen. Ich werde mich komplett verköstigen. Vielleicht kaufe ich mir sogar noch. Nein, ist ja auch egal. Ich werde mich heute komplett, komplett, wann Limoncello, Johannes, lass morgen gehen. Ne, lass morgen nicht gehen. Ich glaube, ich werde morgen komplett gefickt sein. Aber lass, die können gerne zunisch, schön Limoncello wieder wegballern. Ich glaube, ich gebe sogar eine Runde aus. Warum denn nicht? Scheiße, ich bin gut gelaunt, ne? Ich mag besser den Streamer, sonst glaube ich noch mehr Scheiße. Boah. Das letzte Video ist hochgeladen. Ich glaube, ich würde an dem Punkt jetzt hier ausmachen. Wenn ich nicht weiß, Armin Tolkien macht noch sein Ding, ne? Ja, ich würde sagen, ich mache hier aus und gebe euch mal zu Agurin rüber. Der kann sich selbst auch noch ein bisschen beweihräuchern, finde ich. Er hat heute auch, also ich würde sagen, in den letzten Games könnt ihr gerne mal auf YouTube übrigens vorbeischauen, auszeichnen YouTube. sehr nice. Auf dem Uncut-Kanal werden da zeitnah die Games aufgespielt und dann könnt ihr euch mal anhören, was Agurin macht, wenn er Nocturne hat. Shotcalling-wise. Sehr geil. Sehr, sehr geil. No? Super. Ich stelle euch da rüber. Das war's von mir. Ich wollte nur kurz ein bisschen Scheiße labern und halt ein paar Follos und Subs abgreifen. Also ganz im Ernst, aber hat ja gut funktioniert. Danke für eure Mitarbeit. Und dann schicke ich euch jetzt zu Agurin rüber. Seid lieb zu ihm. Eine Legende, der Mann. Viel Spaß. Ich geh... Ich geh Spaß haben. Tschüss.